TVW mit 60 Minuten und einem aktuellen Hintergrund aus der Region. Heute mit einer kurzen Doku zu einem umstrittenen Energiethema. Es geht um das Fracking. Ein englischer Ausdruck zu einem Gas- oder Ölgewinnungsverfahren, das in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich zoggen hat. Und jetzt auch in der Ostschweiz diskutiert wird. Fracking heisst übersetzt so viel wie aufbrechen oder aufreissen. Gemeint ist, damit ein umstrittenes Verfahren zum Rohstoff aus vielen Kilometern Tiefe abzuschöpfen. Solche Pläne, um unterirdischige Erdgasquellen anzupfen, gibt es auch im süddeutschen Bordensee-Raum. Dagegen gibt es jetzt Widerstand aus der Ostschweiz. Was es mit dem Fracking auf sich hat, sehen wir in einer Reportage von Marco Lazzar. In den USA prägen sie das Landschaftsbild. Fracking-Plantagen sind in den ländlichen Bundesstaaten Auslöser eines Wirtschaftsboom. Mit grossem Platzaufwand und riesigen Chemikalientanks werden mit Fracking aus grosser Tiefe Erdöl und Erdgas als Tageslicht geholt. Ein Szenario, das so auch im dicht besiedelten Bordensee-Raum stattfinden soll. Zumindest ist das der Plan von zwei britischen Unternehmen. Die Bewilligung für Vorabklärungen und Probebohrungen im süddeutschen Raum haben sie schon seit vier Jahren. Erst im Dezember sind Konzessionen dafür nochmals verlängert worden. Jetzt will die Schweizer Politik das Fracking am Bodensee verhindern. Die Forderung, der Bundesrat soll sich dafür stark machen, damit die britischen Fracking-Projekte keine Chance haben. Der Stein ins Rollen bringt eine Motion vom Nationalrat Lukas Reimann. Hier ist eine Trinkwasserregion, das ist ein Naturreservoir, das ist auch für die Tiere ein Reisungsreservoir. Da sind fast alle einer Meinung, dass wir hier kein Fracking wollen und dass wir den Druck auf die Deutschen erhöhen müssen, dass diese Sondierungsbohrungen gestoppt werden. Wenn es nach den britischen Unternehmen geht, soll in einem Gebiet, das rund 1500 Quadratkilometer gross ist, und zwar in der Umgebung von Konstanz und Piberach gefrackt werden. Und so funktioniert es. Beim Fracking wird die erdgasreiche Schiferschicht 3000 Meter tief unter der Erde angezapft. Nach der Grundbohrung wird eine giftige Fracking-Flüssigkeit mit hohem Druck in Schiffer hinein gepresst. Die Schicht verbricht und das begehrte Erdgas wird freigesetzt. Das Verfahren hat in den USA einen Wirtschaftsboom ausgelöst. Der Zuger Alt-Nationalrat Georg Stucki ist Verwaltungsratspräsident eines Schweizer Förderunternehmen von Erdgas und Erdöl. Von den Politikern, die Fracking bekämpfen, halten er nicht viel. Die haben keine Ahnung von der Sache und befassen sich nicht damit, sondern übernehmen einfach Vorstellungen, die einmal in Amerika von Umweltschutzkreisen geboren wurden, dann weit verbreitet aufbausten auch. Die Internetbilder zeigen aber eindrücklich, dass die Bohrungen schlimme Auswirkungen haben und das Grundwasser in der Umgebung versuchen können. Genau wegen solchen Beispielen ist der Kanton Thurgau gegenüber der Fracking-Technologie sehr skeptisch. Im Gegensatz zu ihren deutschen Amtskollegen ist eine Bewilligung im Thurgau, darum kein Thema. Die Geschichte zeigt, dass es in den USA, wo das schon intensiv gemacht worden ist, nicht risikolos ist. Und es ist so, dass man natürlich grosse Mengen an Chemikalien einsetzt. Und es gibt verschiedene Pfade, wo eben die Chemikalien auch ins Grundwasser oder in den See gelangen können. Also eines der ganz grossen Probleme ist zum Beispiel die riesigen Wassermengen, die man braucht, die dann nachher kontaminiert sind und entsorgt werden müssen. Und das Problem ist nicht gelöst. Für den Jörg Herz ist klar, Fracking würde auch das Leben am Bodensee massiv gefährden. Die Frage, die sich stellt, ist, warum das deutsche Bundesland Baden-Württemberg überhaupt Konzessionen für Fracking-Probebohrungen vergeben und verlängert hat. Es sind damals 2009 sicher Fehler gemacht worden. Man muss sich einfach immer überlegen, heute würde keiner mehr eine neue Konzession vergeben. Wir mussten der Verlängerung zustimmen hier, weil es rechtlich nicht anders ging. In Hessen hat man jetzt aktuell im vergangenen Jahr keine Konzession erteilt, weil schon im Vorhinein sehr viele Auflagen gemacht worden sind, dass eben eine Konzession nicht möglich war. Ich glaube, das ist auch ein Ausdruck davon, dass das Bewusstsein 2009 hier in Baden-Württemberg noch nicht so da war. Ein Bewusstsein, das sich mittlerweile stark verändert hat. Fast 18'000 Leute haben eine Online-Petition von einer Vorarlberger Tageszeitung unterzeichnet. Und auch auf Facebook tummeln sich tausende Fracking-Gegner. Trotzdem wird das Fracking nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, z.B. in Polen und in England betrieben. Ausserdem sei es nicht so gefährlich, wie die Gegner behaupten. Die Fracking-Methoden werden immer mehr verfeinert. Und heute ist das, was man immer wieder in der Presslist, dass man hier Chemikalien einpresst, die giftig sind, einfach nicht mehr wahr. Verschiedene Nachrichtenbilder aus Europa vermitteln aber einen ganz anderen Eindruck. Letztes Jahr sind in Polen ganze Rinderherden vergiftet worden. Und bei der Eröffnung von der ersten Fracking-Plattform in Grossbritannien sind tausende Leute auf Barrikaden. Es sind Bilder, die zu der Motion von Lukas Reimann geführt haben. Über 50 Nationalräte haben sie unterschrieben, um die Bodensee-Region vor Fracking zu schützen. Also da ja wirklich von allen Parteien Parlamentarier unterschrieben haben, und aus der Ostschweiz sogar alle, gehe ich davon aus, dass die Motion durchkommen wird. Doris Leuthardt lehnt sie ab. Sie sagt, sie sei zwar auch kritisch eingestellt, sie wollen sich da aber nicht aktiv einsetzen. Aber genau um das gehe ich es ja zum jetzigen Zeitpunkt, dass eben auch die Regierung, den Bundesrat, hinstellen und sich dagegen einsetzen würde. Voraussichtlich im März wird der Vorstoss im Nationalrat behandelt. Obwohl die Konzessionen schon vergeben sind, Probebordungen in Süddeutschland haben noch nicht stattgefunden. Vermutlich auch wegen dem Widerstand, der mittlerweile aus allen drei Bodensee-Ländern kommt.